Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Speed Build, das natürlich zur Lucky Legistice Challenge gehört. Denn wenn ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, dann schaut da erst rein, weil sonst ist das hier ein riesen großer Spoiler für euch. Und ja, ich fand es sehr, sehr schwer, das zu bauen, weil das Grundstück tatsächlich ziemlich klein ist. Also, ja, und irgendwie, also mir liegt das, glaube ich, so auf mittelgroßen Grundstücken besser, irgendwas zu bauen. Aber I don't know. Hey, das ist auf jeden Fall ein bisschen klein gewesen für das, was ich auch vorhatte, weil ich meine, wir hatten jetzt ja so viel Geld, da wollte ich das natürlich auch irgendwie nutzen eigentlich. Aber irgendwie, ja, ist tatsächlich noch ziemlich viel übergeblieben. Und ja, der Part kam für mich gestern raus. Und bisher hat sich noch keiner beschwert, dass man das jetzt irgendwie rückgängig machen sollte mit dem Geld und so. Und deswegen überlasse ich es jetzt erstmal dabei. Wie gesagt, es kann halt immer noch passieren, dass dann irgendwann das ganze Geld verloren geht, weil irgendwas halt in die Richtung passiert, so, ne? Im Sinne von, wir errollen, dass wir halt einfach kein Geld mehr haben. Das kann halt immer passieren, ne? Ich bin nicht so hundertprozentig zufrieden mit dem Floorplan irgendwie. Irgendwie, also schon eigentlich, aber teilweise denke ich mir so, hm, also dieser Flurbereich gefällt mir halt, das hätte ich jetzt nicht so. Aber ist jetzt halt dann einfach so. Ich habe auch, glaube ich, vergessen, ein paar Sachen zu platzieren, die ich eigentlich noch platzieren wollte, weil, also die in unserem Inventar halt sind. Ich habe ein paar Sachen ins Inventar gepackt, die habe ich halt irgendwie vergessen. Aber die platziere ich dann einfach im nächsten Part. Ähm, genau. Das ist ja an sich kein Problem. Ansonsten habe ich mir halt nur gegeben, dass es halt möglichst schön wird und irgendwie halt auch passend zu unseren Girls. Und, ja, ich denke, das ist mir ganz gut gelungen. Also ich bin zumindest zufrieden mit dem Ganzen. Das Ganze hat mich zwei Stunden gekostet. Und, ja, ne, also, wie gesagt, ich bin relativ zufrieden, weil so ein Haus von ganz Anfang bauen, finde ich, ist immer sehr, sehr schwer. Mit Grundriss und so. Deswegen habe ich mir ja für die 100 Baby Channel auch gewünscht, dass mir jemand einen Grundriss baut, damit ich dann halt quasi das Ganze nur noch einrichten muss. Aber mal schauen. Ähm, ja, weil, wie gesagt, es ist halt einfach ein bisschen schwer für mich, finde ich. Ähm, also wie gesagt, also der Grundriss gefällt mir auch nicht so hundertprozentig, aber, ja, also wir werden schon damit leben können, ziemlich sicher. Und, ja, ich bin mal gespannt, wie ihr das Ganze dann finden werdet, ne, und wie wir dann da mitspielen können. Und ich hoffe, dass auch alles funktioniert. Ich habe es halt noch nicht getestet, logischerweise. Aber, ja, und ansonsten müssen wir es halt dann im Part mal umbauen. Also das ist ja auch in Ordnung, ne. Ich hoffe übrigens, dass mein Akku von der Kamera hält, weil ich habe ihn irgendwie noch nicht geladen gehabt, obwohl ich das eigentlich wollte. Aber, ja, irgendwie, ja, dass ich das nicht so funktioniert durch wollte. Hm, blöd. Ja, aber ich habe, ähm, viele neue Items benutzt. Ähm, von dem, ich vergesse mal, wie das heißt, dieses neue Pack halt, dieses Gameplay-Pack. Traumautes Indiesign oder so. Das, die Sachen sind halt einfach mega, mega schön. Und, ähm, deswegen wollte ich die halt auch unbedingt benutzen. Und ich denke, das kann man ganz gut verstehen. Weil, wie gesagt, also ich finde die Sachen geil. Und ich denke, die meisten finden sie auch geil. Ne, also, ich meine, die sind halt auch einfach schön. Haben sie richtig gut gemacht. Finde ich toll. Ich denke, die meisten finden die Sachen toll. Also, ich glaube, es gibt kaum jemanden, der sagt, boah, das sieht voll hässlich aus, was sie da reingemacht haben. Weil, keine Ahnung, also, das ist, ich finde es schon hübsch. Not gonna lie. Und irgendwie diese oberen Dinger, Schränke von der Küche, ich habe die halt eins höher gesetzt mit dem neuen Key, damit es halt über den Kühlschrank passt. Aber irgendwie haben die jetzt so ein komisches Licht. I don't know. Das ist normalerweise eigentlich nicht so, aber es war... Es ist halt so und ich habe es jetzt einfach mal so akzeptiert. Und ich weiß nicht, inwiefern das jetzt irgendwie schlimm ist. Also, ich meine, an sich beeinträchtigt das mich jetzt ja nicht so. Aber wenn ich das jetzt so sehe, dann schlögert das mich wieder kurz. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Weil normalerweise war das... Also, es war noch nie so irgendwie. Aber es kann halt auch sein, dass es ist. Weil ich habe ja den Raum da offen. Das fällt mir jetzt erst auf. Ich habe ja den oberen Bereich, habe ich hier die Hälfte gelöscht. Dass da quasi nur das Zimmer von Sky und Carla ist. Deswegen, ja, denke ich mal, dass es vielleicht einfach daran liegt, dass das halt jetzt da so rumbackt mit dem Licht. Weil, I don't know. Einen anderen Grund finde ich jetzt auf jeden Fall gerade nicht dafür. Ja, das ist mir nämlich auch gar nicht aufgefallen. Ich dachte, das liegt an den Lichtern, weil ich die so komisch platziert habe. Aber, ja. Es wird wohl daran liegen, dass der Bereich da offen ist darüber. Aber naja. Wir werden es überleben, I guess. Ich fand es übrigens schön, dass ich das da so... Also, ich mochte, dass das halt so offen ist da. Weil ich mag so offene Sachen, die halt trotzdem ein bisschen wohnlich in der Fünftechen aussehen. Also, es ist halt schwer, offene... Offene Grundrisse und so, die halt schön und wohnlich einzurichten. Also, weil sonst werden die halt oft so kühl und keine Ahnung. Aber ich finde halt, dass es trotzdem sehr, sehr schön ist. Und, ähm... Ja, also, ich würde da trotzdem wohnen wollen in diesem Bereich. Also, ich finde, es ist sehr, sehr hübsch. Ja. Und auch generell. Also, die einzelnen Räume gefallen mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wie gesagt, bis auf der Flur. Aber da sind wir jetzt ja im Speedbild noch nicht. Aber das seht ihr dann ja noch. Och, also, mir gefällt der Flur halt nicht so. Aber wir werden es auch überleben, ne? Also, so viel Zeit werden wir in diesem Flur wahrscheinlich auch nicht verbringen. Dass man sagen müsste, wow, schlimm, schlimm. Auf jeden Fall, wir werden das Haus wahrscheinlich eh noch mehrere Male umbauen und neu bauen und keine Ahnung. Ich meine, wir sind noch in der ersten Generation. Wir kriegen jetzt unser erstes Kind. Und, mit dem wir dann ja vielleicht die zweite Generation anfangen. I don't know. Also, ich weiß ja nicht, ob wir nicht noch ein Kind machen und ob wir dann nicht damit weiterspielen. Wir werden mal schauen. Auf jeden Fall, das ist halt so das Ding. Müssen wir mal schauen, wie das alles generell wird. Und hier habe ich versucht, jetzt mit diesem Kleiderschrank das selber zu bauen. Ich fand das irgendwie voll schwer, weil die Sachen irgendwie nicht immer so gesteckt haben, wie ich das wollte. Ähm, I don't know. Aber, ja. Es ist sehr wild, sag ich mal. Es ist sehr wild. Aber ansonsten finde ich, ist es eigentlich ganz hübsch geworden für mein erstes Mal, dass ich mit diesen Sachen gearbeitet habe. Auch wenn ich es trotzdem ein bisschen schwer war. Ich weiß halt nicht, ob ich es so geil finde, dass ich halt diese kantigen und diese runden Sachen vermixt habe. Aber irgendwie hat es was und irgendwie halt auch überhaupt nicht. Ähm, muss ich dann gucken, ob ich damit klarkomme oder nicht oder was auch immer. Ansonsten finde ich das Zimmer von den beiden halt einfach voll schön. Also, ich fände es richtig cool, in so einem Raum zu leben, weil, I don't know. Also, ich finde es einfach sehr, sehr gemütlich. Und das ist ja auch die Hauptsache in so einem Schlafzimmer, ne? Also, ich finde es halt, es strahlt auch irgendwie ein bisschen deren Vibes aus. Also, es ist zwar sehr Sulani-mäßig eingerichtet und das ist jetzt ja eigentlich nicht so, was die beiden unbedingt ausstrahlen, weil sie wohnen ja beide in Strangerville und sind beide in der Militärkarriere und so. Aber trotzdem sind es ja beides sehr entspannte Leute und ich glaube, das ist halt einfach das, was mich so fühlen lässt, dass es zu denen passt. So, wisst ihr? Ja, I don't know, ob ihr versteht, was ich meine. Aber ja. Und hier dachte ich so, diese Wand ist, glaube ich, ein bisschen zu weit weg, deswegen habe ich dann lieber so einen Tisch hingestellt und da den Fernseher draufgestellt, weil, wenn das so weit weg ist, dann stehen die da immer davor und das ist irgendwie dumm, weil die können sich halt einfach aufs Sofa setzen. Und dann habe ich da hinten halt den Esstisch hingestellt, weil ich fand, dass es besser aussah dann und dass es mehr Sinn ergibt. Und ja. Ja, und ich habe mich halt ein bisschen mit den ganzen Tapeten rumgespielt, dass es halt so ein bisschen schöner ist und ein bisschen abwechslungsreicher. Und ja, ich denke, das ist mir auch gelungen. Also ich bin auch sehr, sehr zufrieden. Wie gesagt, dieser Wohnbereich, sag ich mal, der gefällt mir wirklich, wirklich gut. Also ich finde es richtig, richtig schön. Und ja, also ich würde eins zu eins, würde ich das so im echten Leben feiern, ey. Boah. Also ich meine, die Sachen, ich meine, die Küche und so ist halt trotzdem ziemlich klein, aber ich finde, das passt irgendwie gut da rein. Denn, wisst ihr, I don't know. Aber ich mag es halt auch, wenn es halt so ein bisschen enger alles ist. Also, keine Ahnung. Also es sieht halt irgendwie, je enger es ist, desto wohler sieht es halt oft aus. Und das ist halt irgendwie schön, ne? Ja. Ich glaube, wenn man versteht, was ich meine. Und so. Aber ich denke, es wird schon so sein. Ja, ja. Und da habe ich halt noch die Regenbogenflagge aufgehangen, weil unsere beiden Girls, die sind ja obviously gay. Und ich dachte mir so, okay, irgendwo wollte ich halt noch diese Flagge aufhängen. Und ich dachte so, da hat es vielleicht ganz gut gepasst. Und ich habe halt schon das Kinderzimmer eingerichtet. So, dass es halt dann später als Kleinkind da auch schon so leben kann. Und dass wir noch was Neues kaufen müssen oder so. Und ich habe halt diese Wiege gekauft, weil ich finde, die ist halt so viel schöner als diese Standardwiege. Deswegen habe ich die extra schon dahingestellt, damit das Kind da drin liegen kann. Die Wiege kommt ja aus Reich der Magie. Und ganz ehrlich, das ist einfach die coolste Wiege. Aus diesem Spiel. Also, die es bisher gibt. Ich hoffe, wir bekommen noch irgendwie ein paar mehr oder so. Weil irgendwie ist das halt schon langweilig, sage ich mal. Also, weil wir haben halt fünf oder so verschiedene. Das ist halt irgendwie nicht so viel. Ich glaube, wir haben nicht mal fünf verschiedene, oder? Kann das sein? Wir haben dieses Alien-Ding. Wir haben Vampir. Wir haben dieses Normale. Was immer kommt, wenn man ein Kind gebärt. Dann haben wir diese Wiege von Reich der Magie. Ich glaube, sonst war das das schon, oder? Das ist ja irgendwie ein bisschen traurig. Weil, keine Ahnung. Ich nutze halt jetzt immer nur noch das Reich der Magie, wenn ich nicht das Standardbassinett bekomme. Weil, ich vergesse ihn aber vorher, eine hinzustellen. Und, keine Ahnung. Also, weil es ist halt einfach das Schönste, die wir haben. Ja. Und, keine Ahnung. Die Vampir-Wiege platziere ich halt nie. Jetzt wäre es vielleicht passend gewesen, weil vielleicht wird es ja ein Vampir. Ich habe auch schon schöne Namensvorstärke bekommen für, wenn es ein Vampir ist und wenn es kein Vampir ist und so. Sehr, sehr cool. Bin sehr, sehr gespannt, wie das dann wird. Ich bin auch gespannt, ob es dann Vampir sein wird oder nicht. Dann müssen wir dann auch gucken, wie wir das dann machen. Weil, Carla wird natürlich dann irgendwann sterben, wo? Ähm, und, ja, dann ist halt die Frage, losen wir dann aus, ob Sky irgendwann stirbt oder ob sie irgendwie auszieht oder ob sie einfach da drin weiterleben wird. Weil, das Ding ist halt, wir können ja nicht Generation 1 bis Generation 10 mit im Haus leben lassen. Also, könnte man schon. Aber ich fände es irgendwie nicht so passend einfach, wisst ihr. Deswegen, keine Ahnung. Müssen wir dann mal schauen. Noch sind wir ja nicht so weit, ne? Erstmal müssen wir warten, bis dann Generation 2 startet. Mit dem Geburtstag von dem Kind. Wo es dann erwachsen wird. So weit sind wir ja noch gar nicht. Also, das Kind muss erstmal auf die Welt kommen. Und, ähm, ja, I don't know. Und, wie ihr seht, habe ich draußen das halt so ein bisschen gemacht, dass es halt schön aussieht für, also, dass es halt cool ist für Kinder. Weil wir werden jetzt natürlich erstmal eine Weile halt mit Kindern und so existieren und so. Und, ja, ich finde es halt cool, wenn da halt dann viel draußen steht, was die Kinder machen können. Weil oft habe ich irgendwie Gärten, da kann man halt irgendwie fast gar nichts machen. Das ist irgendwie ein bisschen langweilig und so. Hat man halt schon so ein paar Aktivitäten, die man halt tun kann. Und das finde ich halt nice. Da war jetzt halt nicht mehr so viel Platz für einen Tisch. Deswegen habe ich halt nur so einen Zweiertisch dahingestellt. Ich denke, das reicht auch aus. Weil, ich glaube nicht, dass wir so oft jetzt grillen werden. Und, ja. Ich werde wahrscheinlich die Tür zum Garten abschließen für Leute, die nicht dem Haushalt angehören. Weil, mich stresst es immer komplett, dass die dann zum Grill gehen und dieses Energiesud zubereiten. I don't know, das machen die nämlich in meinem privaten Spielstand immer. Und dann kriege ich immer richtig Aggressionen bei. Deswegen denke ich mir so, hm. Vielleicht schließen wir dann einfach diese Tür ab, damit da halt keiner mehr hinkommt. Also außer halt unsere eigenen Sims. Weil die machen das komischerweise nicht selbstständig. Das ist immer nur, wenn dann irgendwelche Sims zu Besuch kommen. Und dann denke ich mir so, okay. Brauch du mal einen Energiesud? Das brauchen wir ganz dringend hier. Definitiv. Auf jeden Fall hatten wir halt noch genug Geld, dass wir halt, tatsächlich offizielles Landscaping benutzen können und nicht Debug-Landscaping. Und wie gesagt, es bleibt immer noch so viel Geld über. Ich weiß nicht, was wir damit alles anstellen werden. Vielleicht, wenn es irgendwann zu langweilig wird oder so, kann man ja auch mal reinhauen, dass man halt Geld in irgendeiner Form verliert oder so. Oder, keine Ahnung, wenn wir mehrere Kinder kriegen sollten, dass der eine dann viel, dass das eine Kind, was dann auszieht, dass es dann viel mitnimmt oder so. Weil in der Legacy Channel schon so viel Geld in der ersten Generation zu haben, ist halt einfach nicht oft der Fall. Normalerweise kommt es dann, dass man dann so bei der vierten Generation sich denkt, ja, so langsam ist es halt angenehm so. Und ich mag es halt auch einfach so ein bisschen zu struggeln. Deswegen, I don't know, müssen wir dann halt mal schauen, wie das dann alles wird, ne. Und, äh, ja, ich sage dann mal, dass das Video jetzt hier vorbei ist. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss!